Hallo und herzlich willkommen zu diesem Auslosungsvideo von dem World of Tanks Gewinnspiel. Und wie der Titel hier schon besagt, 5 Panzer suchen einen neuen Besitzer. In dem Fall handelt es sich um den Chino Kai, den gibt es 3 mal, den Ram 2, den gibt es 1 mal und den Cromwell B. Ja, seht es mir nach, aber ich werde da jetzt nicht großartig die Comments beachten in der Form, dass ich da jetzt auch noch Wünsche beachte, weil das würde das so ein bisschen obsolet machen. Das heißt, jeder wird einfach random gezogen und wenn einer den Panzer schon hat oder nicht, dann kriegt er ja den Goldpreis gutgeschrieben. Also von dem her ist es ja nicht so, dass er gar nichts davon hat. Gold- oder Creditpreis, das muss ich nochmal bei Wargaming fragen. Und ja, wichtig ist immer nur, dass die World of Tanks nichts genannt worden sind. Und dementsprechend schauen wir jetzt mal, wer gezogen wird. Also die ersten 3 Gewinner werden den Chino Kai bekommen. Das sind natürlich 742 Comments. So viel, glaube ich, gab es noch nie. So, Randomly Pick Winner. Der Odd and Stable, der bekommt einen Ram- äh, einen Chino Kai. Entschuldigung. Chino Kai, ich schreibe es mir ja gerade auf. Der Odd and Stable. So. Du hast nochmal einen. Dann der nächste. Legende Born. Du bekommst auch einen Chino Kai. Legende Born. So, der letzte Chino Kai geht an. Dann den Akul Master. Akul Master. So. Dann der zweitwichtigste Preis, in Anführungszeichen. Der Ram-2. Der geht an. Der Unproduktive. Der Unproduktive. Und ja, ich weiß übrigens, dass es die Battlefield-Musik im Hintergrund ist. Aber ich muss sagen, ich finde das sieht saugeil. Und jetzt ist der aller, 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 aller wichtigste Moment. Wer bekommt den Hauptpreis? Und zwar den Crumble B. Der geht an. Wobbler 99. Der Wobbler bekommt den Crumble. So. Dann darf ich an dieser Stelle für eure Teilnahme mich sehr herzlich bedanken. Danke nochmal an Wargaming für die fünf tollen Panzer und dieses super Gewinnspiel. Und ich glaube, über 700 Teilnehmer zeigt, dass es euch ebenfalls gefallen hat. Schade, dass nur immer fünf gewinnen können. Aber in dem Fall, fünf waren doch eh schon sehr viel. Deswegen hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt mir gesund. Euer Alkaramba.